Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir und in diesem Video gucken wir uns mal an, was wir so Neues bekommen haben, denn wir haben ein richtig geiles Bundle bekommen, was wir uns sofort anschauen werden. Ja, ihr habt wieder eine Facecam zu sehen, das hat einen Grund, ich habe mich einfach mal wieder dazu entschlossen, diese Facecam anzuschalten, mir ging es ja in letzter Zeit wirklich überhaupt nicht gut und ja, vielleicht kommt dazu nochmal ein separates Video. Ich hatte schon mal ein Video hochgeladen, aber da haben sich noch weitere Sachen ergeben und deswegen habe ich damit ein bisschen zu kämpfen und zu struggeln zur Zeit und deswegen bin ich auch übel schlecht gelaunt seit Wochen. Und ja, jetzt habe ich aber wieder eine Minute gefunden, wo ich mal ein bisschen bessere Laune habe und deswegen dachte ich mir, komm, haue ich mal jetzt dieses Video hier raus und wir gehen direkt auf den Itemshop, wo ihr natürlich den Creator-Code Meta-8 nicht vergessen sollt einzugeben. Und wenn wir mal hier gucken, sehen wir direkt Ghoul-Trooperin. Ja, die Ghoul-Trooperin könnt ihr natürlich kaufen, da habe ich mal ein Video dazu gemacht gehabt. Vor einigen Tagen ist immer noch im Shop in zwei Varianten für 1500 V-Bucks, definitiv nicht verpassen und sich mal auch mal gönnen. So, dann haben wir hier aber was weiteres bekommen und zwar den neuen Marvel-Skin, den Daredevil-Skin und der sieht voll geil aus in diesem Comic-Look. So, und zwar Daredevil, Matt Murdock, der Mann ohne Furcht Teil des Daredevil-Sets. Wir haben diesen Skin hier schon mit zwei verschiedenen Stilen, einmal Standard und einmal Illustrierter Daredevil und der Illustrierter sieht auch schon cool aus, so fickt ein bisschen den Kopf, aber sieht nice aus, ich bin ehrlich, sieht richtig geil aus. Dann nochmal sein Radarsinn als Rückenaccessoire. Ich weiß nicht, ob der wirklich einen weiteren Nutzen hat, dass er irgendwie Gegner oder so anzeigt. Ich meine, es kann ja sein, es gibt ja reaktive Rückenaccessoires, die auch die Kills und sowas anzeigen. Ja, ist natürlich ein bisschen krasser, aber es kann sein, es kann sein. So, dann haben wir nochmal hier die Daredevil-Schlagstöcke für 800 V-Bucks. Die sehen wirklich auch geil aus, sehen aus wie so Drumsticks, keine Ahnung warum, aber ist cool. 800 V-Bucks, gibt es im Fall zwei verschiedene Stilen, einmal Standard und einmal auch wieder als Illustrierte. Schlagstöcke, die Illustrierten sehen tatsächlich diesmal sogar geiler aus irgendwie, aber ist natürlich Geschmackssache. Dann haben wir nochmal Daredevil-Schwingen für 800 V-Bucks, auch mit so einem Impulster-Radarsensor und nochmal als Illustrierten-Style. Für 800 V-Bucks definitiv ein Schnäppchen, muss man wirklich sagen, aber wenn ihr wirklich alles holen wollt, dann könnt ihr euch das für 2200 V-Bucks direkt alles gönnen. Radarsinn, Daredevil-Schlagstöcke, Daredevil-Schwingen und so weiter. Und ich habe mich dazu entschlossen, 2200 V-Bucks an meiner Community ist nicht viel und deswegen dachte ich mir, verlose ich das Ding zweimal. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach ein Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben. Damit ich das Ganze aber kontrollieren kann, müsst ihr mir natürlich den Creator-Code auf Instagram schicken. Und wenn ihr das gemacht habt, werde ich bis heute Abend um 24 Uhr, also 0 Uhr, um 2 Uhr wird ja der Shop erneuert und bis 24 Uhr oder 0 Uhr schaffe ich das Ganze dann, zwei dieser Bundles sozusagen verlosen. Weil ich persönlich bin ehrlich, mir bringen diese Bundles nicht und bevor ich es mir selber kaufe, verschenke ich es lieber an euch, was mir viel, viel mehr bringt und es erfüllt mich ein bisschen mehr. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr es haben möchtet, meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, mir auf Instagram als Privatnachricht einen Beweis schicken und dann macht ihr auch schon mit und mit ein bisschen Glück kriegt ihr das heute Abend bis 24 Uhr auf euer Account gutgeschrieben oder eine PaySafe-Karte. Wir sehen uns im nächsten Video, lasst gerne ein Like da, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.